Herzlich willkommen bei Batman Arkham Asylum. Hier ist Naruto 1986. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Eintreffer, wir sind erledigt und wir sind jetzt endlich in Arkham Island Nord angekommen. Wir müssen vorher die Typen alle ausschalten, aber das ist halt echt schwer. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann sind wir sowas von erledigt. Drei sind noch übrig. Das heißt, wir müssen uns jetzt geschickt anstellen mit dem Leben. Sonst haben wir in dem Steich gelitten. Oh Mann, wir müssen jetzt gucken, wie wir die hier jetzt alle einzeln ausschalten, ohne dass wir hier gesehen werden. Das ist nicht normal sonst. Meine Jüte, ey. Der Typ geht jetzt da vorne hoch. Und der andere Typ ist da hinten irgendwie. Okay, ich versuch mal den da hinten auszuknippen hier. Oh, dass ich jetzt entdeckt werde. Ich versuch's ohne entdeckt zu werden jetzt mal. Wir sind außer Gefecht. Das ist nicht witzig. Dafür bezahle ich euch nicht. Ja, ich find's schon. So, den hab ich schon mal. Das ist, bei dem ist es schon mal gut gegangen, das wissen wir jetzt. Bei dem Typ ist es schon mal gut gegangen. Weil ein Treff anbissen erledigt. Hallo? Es liegt gleich auf dem östlichen Heming. Dann nochmal jetzt nach oben. Und schauen uns das ganze Spielchen erstmal von hier drauf an. Ja, da rennt einer an. Das ist so schön für dich. Wie viel sind's noch? Zwei. Was machst du? Ich brauche Hilfe. Vergiss es. Du bist jetzt allein. Löder Heizkessel. Ich hatte vor Angst, dass ich in die Hosen gemacht habe. Was für ein Trottel. Wegen dem Heizkessel macht er sich schon in die Hoster-Typ. Es hat keinen Sinn, zu versuchen, rauszukommen, bevor man euch findet. Ihr werdet doch nur von einer Pflanze gefressen oder von einem Ehrenzug reingeschlagen. Ihr seid nicht mehr. Pssst. Alter, wie die Angst haben, ey. Das ist... Kaum zu glauben, wie die Typen Angst haben, Alter. Alter, wie die Schiss jetzt haben. Wie die jetzt gerade so einen Schiss haben, ey. Warum passiert das gerade mir? Das haben die verbrochen. Irgendwie so gerade dir ganz einfach. Weil du's ja auch... Ja, wollen auch die zwei. Hm. Dann muss ich dann nur schauen, wie ich den da krieg am besten. Ohne dass... Ohne das... Was, ich bin jetzt ganz einfach. Ich bin nur eine Fledermaus. Oh, Mann. Hier suchst du uns mit dem... Alter, wie der einen Schiss hat, Alter. Oh, Mann. Ich bin nur... Ich bin nur... Überrascht, dass ihr Angst habt. Ich hätte auch Angst. Ihr werdet hier wahrscheinlich draufgehen. Ja, da hast du recht. Draufgehen vielleicht nicht, aber bewusstlos werdet ihr. Hm. Äh, warte mal halt. Das könnte vielleicht klappen, wenn ich das jetzt so mache. Ich probier's mal aus. Vielleicht klappt das ja, so wie ich das will. Ach, schade, nee. Muss der Typ gerade. Okay, dann versuch ich nochmal schnell der Tor. Schnell hier nach oben. So. Ja, komm mal her jetzt. Freund, schön, worauf wartest du denn? Komm her. Der Typ soll ruhig mal hier reinkommen, weil dann... Es hat keinen Sinn zu versuchen, rauszukommen, bevor Bettmann euch findet. Ihr werdet doch nur von einem... Und habt dich. Hallo. Alles wiederkommt von oben. Oh, 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 schön aus. Oh, Alter. Warum packt das Ding hier rum wieder wieder? Ich hasse das, Alter. Hey. Ach, komm. Wenn ich das gleich so anzoom, das kann ich nicht haben, Alter. Wenn ich das dummeteil mich so anzoom, ey. Meine Güte, ey. Warte mal. Das Glas ist am Arsch. Hier ist noch ein Gläsler. Perfekt. Und? Kommt der Typ auch noch her? Hm. Aber ich find's cool, wenn die da drunter stehen, dass man hier auch durchbrechen kann. Das ist nämlich auch mal ganz genial. Puh. Trottel. Du bist der Heizkessel. Ja, ja. Freu dich nicht so früh, Freundchen. Du bist gleich. Du bist der Letzte. Wenn ich dich habe, dann hab ich's geschafft mit dem bisschen Leben, was ich da habe. Und da erschreckt sich schon vor dem Heizkessel der Typ. Das find ich genial. Ja, los. Komm in mein Ziel. Komm in mein Visier rein, Alter. Komm her jetzt. Alter, das ist knapp. Wow. Ja, schießt der Rumpi in ein Verrückter. Vor Angst. Ha, ja, natürlich. An dem sein der Stelle würde ich mir auch Angst in die Hose. Puh. Haha. Find ich cool. Kann ich keinen Gleittritt machen bei dem Typ da? Jetzt aber. Tschüss. Du hast mich schon in Ruhe, Freundchen. So, das war's. Wir haben volles Leben. Perfekt. Wir haben endlich wieder Leben zurückgekriegt. Hauptsache nur das Leben wieder. Das find ich schon super. Echt super. Dann wollen wir weiterzugehen hier. Okay. Hier geradeaus weiter. Noch ein paar Kämpfe mehr bestehen, dann haben wir's. So, jetzt nochmal gucken. Ich muss hier oben entlang wieder. Das war klar. Durch das Ding hier hinten muss ich durchtreten. Hey. Das ist ja super. Das kann ja nicht gut und besser laufen. als wie jetzt, ey. Das hier der ganze Ding verschlossen ist schon wieder. Jetzt darf ich einen anderen Weg finden mal wieder. Meine Gute, ey. Herr, warte mal. Kann man hier unten vielleicht irgendwie entlang? Dass man hier unten vielleicht irgendwie da durchkommt? Warte mal. Was passiert, wenn ich jetzt hier entlang? Äh. Wenn ich ein Trottel, ich hätte da unten durch sollen. Höh, höh, höh. So. Ja, jetzt bin ich richtig. Ja, jetzt bin ich richtig. Ja. Ja. Schön. Ja, warte mal. Ja, doch, doch, doch. Hier gibt's doch vielleicht irgendwo so'n... Ja, ja, wenn ich dem Teil hier folge, könnte ich vielleicht den Schaltraum dafür finden. Hm. Mal hier rüber kurz. Hm. Ich glaube, das Ding läuft hier oben entlang hier rein. Kann es sein? Hier rein? Ah, nur das Tonband. Cool. So. Puh. Ja. Ja, jetzt bin ich dran. Ja, das ist da. Ist da nix? Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Perfekt. Ich habe jetzt die elektronischen Schlüssel unten ausgeschalten. Genau das, was ich wollte. Ich habe doch gewusst, dass die Dinger irgendwo hier sein müssen. Gut, dass ich denen gut gefolgt bin. So, und jetzt wieder nach unten. Aber jetzt wirklich Killer Croc, jetzt komme ich aber wirklich zu dir. Meine Güte, ey. Ah. Gut, dann tritt man einfach mal hier durch. Ja. Mal wieder richtig. Hat jemand das Spiel erst danach gesehen? Hä? Was ist denn jetzt los? Ah. Dann weiß ich, was los ist. Ich glaube, es ist Kerkrock. Hä? Ja. Eine Geschichte jetzt von Joker. Wieder wegen Skerkrock. Ich wollte schon gerade sagen, hä? Kann ich ihn behalten, Süßer? Bitte, bitte, bitte. Ich füttere ihn und Gigatti mit ihm. Versprochen. Hallo, neuer Patient. Das ist Jan Reims. Sicherheitschef der Joker-Anstatt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf. Ich habe mich schon gerade gewundert, was es denn jetzt da mit dem Spiel los ist. Hoffentlich kratzt das Spiel jetzt nicht ab, ey, grad. Ich wollte gerade... Ich seh mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Es sieht nicht sehr gut aus. Skerkro. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wacken? Er ist weg. Da ist nur noch eine frünke Höhle. Schau dir, da man jetzt ist ja. Ihr gehört dir, Joker. Oh, super. Los, Mr. J, wir sind super. Herauf habe ich lange gewartet, Sets. Oh, Mann. Hey, seid doch nicht mehr ganz dicht. Das ist doch echt nicht mehr ganz normal, Alter. Was ist denn durch den los? Ja. Hä? Hätte ich da irgendwas... Hätte ich da irgendwas gerade was tun sollen, oder was? Ah, nee. Wir müssen dann hier weitermachen. Okay. Rap, Bruce, Rain. Tod, aber du sollst noch, Mann. Hm, okay. Das ist nur mit Scarecrow weitermachen, weil... Weil das... Hier so ein Batman. Mal gucken hier. Hm. Alter, die sind doch echt irre, die Typen, ey. Alter, die sind doch so krank, die Leute. Sollen unsere Ängste sein, oder was? Meine Güte, Alter. Nicht normal. Ohne Witz. Ach, das ist doch gar nicht so glum. Oh je. Oh je. Hm. Was war das? Bis zum nächsten Part.